Fortnite hat ein neues Update hinzugefügt und eine absolute OP-Waffe, und zwar die gute alte Desert Eagle. Aber die Waffe ist so wie früher eigentlich, das Einzige ist, man kann sie upgraden. Und man kann sie wirklich zu einer geisteskranken Waffe upgraden. Damit werdet ihr niemals gerechnet haben, Leute. Wir werden heute nur mit der neuen Handkanone probieren zu gewinnen. Let's go! Wer mehr Kills am Ende hat, bekommt 500 Euro. Creator God Study! Okay, Seven, bist du bereit? Wir werden heute die Challenge mit der besten Waffe in Fortnite machen, die gestern mit dem Update hinzugefügt worden ist. Du meinst aber die neue Desert Eagle, oder? Bro, ich meine die neue Desert Eagle OP-Waffe. Und weißt du, warum die so gut ist? Oder weißt du, warum sie überhaupt zu einer der besten Waffen in Fortnite geworden ist? Wegen dem Damage, wegen den Aufsätzen, oder was? Das ist richtig, Leute. Nämlich auf diese neue Desert Eagle Waffe kann man nämlich jetzt Aufsätze machen. Und ich sag euch, das ist, Bro, ich hab das einmal gehabt gerade, mit einer kranken Aufsatzkombination. Ciao. Ich sag wirklich, Leute, ciao, Kakao, mehr kann ich nicht sagen. Aber ich sag, meine Kombi ist besser als deine. Nee, 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 nee. Ihr werdet gleich sehen, was für eine Kombi Stani hat. Und ich sag euch, meine ist wilder. Ich sag, wenn die Leute eine gute Kombi sehen wollen, werden sie bei mir sagen, okay, Bro, bei mir ist krass. Wir gucken uns auch mal deine Kombi gerne an. Ja, gerne. Aber ich sag euch so, wie es ist. Ich hab eine Sniper, ich hab eine Sniper-Handfeuer-Waffe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, das ist, Leute, das ist wieder... Nee, wirklich. Ja, es ist wieder... Guck mal, aber das Problem ist ja erstmal, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen... Ich glaube, das werden die aber noch beheben. Und zwar, das Problem ist, die Waffe zu finden aktuell. Das ist echt schwer. Also, wir haben viele Kisten aufgemacht in verschiedenen Runden. Ich sag euch, wie es ist. Chance, 1% Drop-Rate. Oh, bei mir ist da eine, oh mein Gott. Chance wirklich... Oh, hier ist auch einer. Ja, da würde ich aufpassen in der Villa. Da geht's auf jeden Fall gleich rund bei dir. Bro, ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Ich hab keine Angst, sollen die noch kommen. Sollen die kommen? Ich hab auch keine Waffe. Soll ich mir einen Lambo abholen? Ich hab einen Lambo... Nee, ich hab einen McLaren. Nicht? Okay. Ich hätte den abgeholt, Freunde, aber gut. Ja, das Ding ist... Dann guck ich weiter. Ich will hier meine Waffe finden, und ich glaube, die gibt's hier nämlich. Also, in Kisten ist sie häufiger drin als irgendwie anders. Also, es geht ein... Oh, hä? Hä, hier waren auch Leute? Nee. Oh Gott. Oh Gott, die verfolgen mich, Leute. Digga, warte mal. Oh, weg hier. Ist das die Waffe? Oh Gott, die sind da, die sind da. Nein, oder? Nein, nein, nein. Warte. Nein, Seven. Sag mir nicht, dass du die Waffe... Ich weiß nicht, ob das die ist. Warte. Ey, ich kann den nicht hoch, warte. Ey, bitte nicht. Freunde, ich muss ihn wegnehmen. Ich muss ihn wegnehmen. Es ist die Ranger-Pistole. Oh mein Gott. Oh, das, sag ich dir ehrlich, gönne ich dir persönlich vom Herzen. Ich find epische Drumgun, stark. Einmal, wenn man sie nicht braucht. Ja, Drumgun, ich sag dir... Ey, du weißt, dass grad die mythische Drumgun drin ist, ne? Du brauchst keine Epis mehr. Stimmt, bei Midas. Ja, bei Midas. Also, du als Experte solltest das ja fest wissen. Ja, ich weiß es doch. Ich mein grad nur, ich find epische Drumgun. Ey, bitte, bitte, Leute. Ich muss die finden. Ich muss die Waffe vorstelle finden. Wisst ihr, was auch wichtig ist? Was? Sniper Mooney. Stimmt, Sniper Mooney ist auch wichtig. Ich weiß auch gar nicht, kann man die Waffe beim Bot kaufen? Ich glaub halt nicht, also... Ich glaub nicht. Ey, Bro, ich hab einen Bug bei mir. Sag nicht, du hast die Waffe. Ich hab einen Bug bei mir. Was hast du für einen Bug? Bro, unsichtbare Wände. Da ist es durchsichtig, aber da ist die Wand. Alter. Was ist das denn hier? Hey, zeig dir mir noch eine Kiste, aber ich weiß nicht, wo. Midas Automat? Ne, da ist er aber nicht. Das ist nur Drumgun. Warte mal, aber hier ist ein Bot. Wieder Pistole. Oh Gott, das ist gut. Ein Bot mit Schwingen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ganz nice. Und nein, ich hab Schatzkarte gefunden. Mit zwei God-Chests, Savile. Oh, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist richtig schön. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Waffe da drin ist, ist sehr, sehr hoch, Leute. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen... Ich seh die Sachen auch. Ey, Savile. Ich seh die Kisten auch. Ey, Savile, wenn du mir jetzt die klaust, dann werde ich Fuchsteuelswild. Ich sag's dir ganz ehrlich. Eine Kiste mach ich auch. Ey, nein. Ey, wenn die da drin ist, dann gibst du mir die. Bro, hier sind zwei Leute. Oh mein Gott, warte. Deine Schuld, deine Schuld. Schnell, schnell ausgraben, Leute. Ich bin Pirat geworden. Kiste ausgraben. Wenn der die Waffe drin ist, der musst du mir geben. Ich hab Kiste ausgegraben. Es ist... Nein. Oh, Sch... Ja, das war's. Savile ist tot. Oh mein Gott. Savile ist down. Okay, hier ist die andere Things, Leute. Hier ist die andere Dings. Savile down? Ne, aber gleich... Ja, da war's doch erst gleich. Ich muss dich abbauen. Oh, Mann. Ich hab noch mal Flügel, wichtig, Leute. Decker, was... Ey, pass auf, die sind da, ne? Ja, Bro, ich hab... Ich hab die perfekte Idee. Nein. Ich geh auf dem Zug. Ah, Zug können die auch sein. Nein, die gehen auch zum Zug, oder? Aber was... Bro, was war denn bei dir in der Kiste gewesen? Irgendwas episches, aber keine Dessertige. Ich geh, glaub, zum Zug, Bro. Guck mal, das Ding ist, die Waffe lassen die Leute auch gern liegen, weil man die erst upgraden muss, dass ihr volles Potenzial entfaltet. Ich geh zum Zug... Ich geh zum Zug. Ja, mach das. Warte mal, ist hier irgendwas, Leute, vielleicht? Ey, ich hab... Nein, schade. Schade, Marmelade. Also hier wurde leider auch gelootet bei mir. Wo ist die seltenste Waffe im Spiel? Werden wir sie finden? Ich verstehe das nicht, warum Fortnite immer, wenn neue Waffen drin sind, man sie nie findet. Ja, das steck ich auch nicht. Also, das ist auch... Also, manchmal haben sie die Spawnrate ja extra erhöht bei Waffen und manchmal auch nicht. Ja, ja, das ist ganz, ganz teufelswild. Nein. Aber hier... Warst du los, Saville? Ich hab grad eine Idee gehabt, wenn ich die Waffe hab, wie ich sie noch krasser upgraden kann. Nein. Aber sag ich dir jetzt nicht. Junge, ich hab... Oh Gott, ich... Oh, Leute, ich hab so eine kranke Idee für die Waffe. Äh, ich schüsse auf mich. Ja, Pech. Saville, dann bist du down. Was soll das denn? Hab ich die Waffe, Bro? Warte mal. Hey, hier sind so viele... Oh, hier sind tausend Waffen. Ich krieg nicht die Waffe. Bitte, Leute. Saville, guck mal. Er hat sie, Freunde. Saville. Er hat die Waffe. Okay, das ist krass. Das ist krass. Und ich sag dir ehrlich... Hä? Bro, ich sag dir ehrlich, wenn ich noch eine finden werde... Ich werd's dir nicht geben. Und ich hab 49 Schuss... Äh, vorbei. Okay, okay. Leute, Vorteil für Stani. Ganz großer Vorteil. Bro, big Vorteil. Was machst du für eine Kiste? Also ganz normale Golde... Nee, Waffenkiste, Waffenkiste. Waffenkiste, Bro. Einfach ganz normale Waffenkiste. Und jetzt können wir auf... Wo waren Gegner gewesen? Ich würd schon gerne mal vorbeigucken bei Gegnern. Kann ich dir nicht sagen. Ey, soll ich sie dir mal zeigen, die coole Waffe, Saville? Nee, will ich nicht. Nee, willst du die nicht sehen? Ja, wobei, jetzt sag mal her. Ich will mal gucken. Warte. Nein. Ich will mal gucken. Äh... Was soll die Waffe angucken, Bro? Mich würde schon interessieren. Sag dich, du bist gleich down. Hier ist es, Saville. Sag mal. Ja, 500 Meter von mir entfernt. Ich kann nichts machen. Ja, Pech, Pech, Pech. Ja, ich komm jetzt zu dir. Äh... Ja, komm mal. Falls da Gegner sein sollten, kannst du mir ja direkt mal Bescheid sagen. Dann würde ich mich die Gegner mal kurz gerne besuchen. Mach ich. Guck mal hier noch, Leute. Aber... Hey, Dicke, die haben alles gelootet bei Reckless Railways, gefühlt. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich mach hier noch ein bisschen, Leute. Ich will hier noch... Ich will hier noch ein bisschen Munition vielleicht mitnehmen für... Ultrasafeness. Ich geh jetzt in den Tresor rein. Oh, Bro. Also das... Das einzige... Äh, ja, Tresor. Ist ja schon offen da, oder was? Äh, nope. Aber in den anderen Tresor rein, in den Lelik-Tresor. Das soll ich noch so gut ist. Ich dachte, Bunker mein ich. Bunker, Bunker, Bunker. Aber das Ding ist ja auch gerade keine Gegner. Es leben auch so viele Leute. Ja, bei mir genauso gerade. Wo sind die Gegners? Warst du im Bunker drinnen, hier in Reckless Railways? Nee, noch nicht. Ich bin aber jetzt gleich drin. Weil Stannis sind Schüsse, das heißt... Stannis kann gleich down gehen. Das wäre natürlich super. Ey, hier ist ja gar nichts mehr drin. Eine Kiste. Bro, wie schlecht die Bunker geworden sind. Welche Leute? Welche? 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 Ey, lock nicht die Leute her. Ich habe gar nichts. Ist mir egal. Ist mir egal. Hier vorne sind Leute. Ich kann mich verteidigen. Ich habe nicht mal Schockwellengranaten oder so. Komm, hier. Bist du hier dabei? Ey, Digga. Oh mein Gott. Erster Hit. Okay, okay. Stannis schon am fighten. Und ich bin noch am suchen, Leute. Ich komme jetzt mal zu dir. Wo sind die denn? Ja, das Problem ist das ganze Team. Oh, da hinten. Ey, da ist einer down, Bro. Stark. Guter Hit. Warte. Ich habe ihn weg. Boom. Ich habe ihn überfahren. Was macht ihr? Hä? Er lebt noch. Ist er down? Oh mein Gott, Leute. Ich muss die unbedingt upgraden. Warte mal. Ey, hier ist ein Gegner. Oh mein Gott, Bro, bei mir. Oh mein Gott, ich muss abbauen. Down? Oh mein Gott. Erster down, erster down. Bro, die Gegner schießen mich gerade komplett ab. Ich muss weg. Bro, hier ist die Midas, äh, Midas Tresor. Was bringt der? Oh, nur ein Jump Gun. Schade. Äh, ich gehe in den Bunker, Bro. Kommst du mit? Nein, 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 er will die wiederbeleben. Nein, 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 nein. Bro, ich kann dir nicht helfen, ne? Ja, ja, ich weiß, 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 weiß. Ich gehe in den Bunker zu lang und gucke da, ob da eine... Oh Gott, er hat Hit, Leute. Erster Deagle da ist, Leute. Er würde ihn wiederbeleben. Wie viele kills hast du jetzt schon? Ich habe einen gedown und er würde ihn jetzt wiederbeleben. So, Leute, hier ist der Bunker und hier ist keiner. Free Bunker für mich. Let's go. Magische Kiste 1. Keine Waffe. Okay, mhm. Keine Dessert-Igel. Bitte hier jetzt eine drin. Bitte, dann kann ich sie direkt upgraden. Hey, Bro, der zwei down. Oh nein, hier ist noch einer, Leute. Bro, ich habe die Banane der Götter gefunden. Ja, gut, 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 gut. Die ist gut. Die ist gut. Leute, ich muss die Waffe upgraden, Mann. Ich muss die Waffe upgraden. Ja, ich bin im Bunker hier. Bei mir ist was. Bro. Was? Ich habe sie. Nein. Ich habe sie. Rede nicht. Die ist im Bunker drin. Ich habe es gesagt, Bro. Ich habe es auch gesagt. Okay, upgraden, Leute. Ich sage euch, dieses Visier... Wieder 28, Digga. Big Hit. Bro, warte mal. Erhöht die Magazinkapazität. Und, Leute, fängt heute den Rückstoß. Und dieses Visier, was ich hier drauf habe, passt auf. Sniper. Ciao. Bro, ich komme jetzt und staub dir so ein paar Kills ab, okay? Das ist okay für dich. Nein! So, Leute, wir gehen jetzt zu Stanni. Ein paar Kills abstauben. Let's go. Hä, wo ist unser Auto? Da. Stanni, ich komme jetzt, ja? So, Leute. Upgradet. Stanni überhaupt nicht am reden. Oh, mein Gott, Bro. Mich pusht gerade hier einer. Ich komme jetzt zu dir gerade. Es sind zwei Loops und einer ist der, der hat ein bisschen was drauf. Ich komme jetzt zu dir. Ich bin noch nicht gleich ganz da. Hau irgendwie ab, wenn es geht. Ich bin gleich da. Nö, 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 ich brauche deine Hilfe nicht, Bro. Ey, Bro, der eine war so low wieder, Leute. Oh, mein Gott, Bro. Ich habe hier so viel gehittet. Ich muss dich aber noch... Ich habe halt nicht das Visier auf der Waffe, die ich brauche, Leute. Das ist das Ding. Ja, eines hier im Bahnhof drin. Ganz wichtig. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist der Beste, aber der ist auch low gewesen. Ich sehe ihn hier. Ich habe den eigentlich fast gettet. Aber irgendwie... Der pusht wieder. Oh, 85er-Hit mit der... äh, mit der Dessertige. 85er. Nein. Der haut ab. Warte. Dao. Ah, okay, stark. Stani hat den Daumen geholt, Leute. Hier, komm. Ich gebe dir auch nochmal einen Headshot hier. Bro, das hat er davon. Das hat er davon, Leute. Hatte der Mooney? Der hatte Mooney gehabt. Okay, okay, okay. Stani hat einen Kill, Leute. Boah, seine Teammates, Leute. Ich habe einen Kill. Stani hat schon mal einen Kill hier. Junge, wann sind denn die ollen Bunker offen? Ist doch offen. Bei mir war doch einer. Bro, weißt du, was ich jetzt suche? Nächster Daumen? Äh, was? Wo denn? Ja. Headshot. Hä, wo? Wo sind hier bitte Gegner? Ich sehe keinen einzigen. Weißt aber, was ich noch aufbauen möchte. So, dann solltest du mal die Augen aufmachen, weil die kommen hier gerade alle. Oh, Steps bei mir. Oh Gott, Bro. Oh mein Gott. Könnte jetzt sein, dass du down gehst. Bro, bei mir dicke Steps. Ja, bei mir auch, Bro. Der ist oben, der ist oben, der ist oben. Auf dem Dach. Der ist aber schlecht, der ist schlecht. Ich sehe ihn aber nicht. Ja, wo ist er denn jetzt? Bro, der ist da. Hit. Oh Gott. Nein. Ja, wo ist er? Bro, der baut sich hoch. Ja, ich merke es. Nein. Oh mein Gott. Bro, wieso gehst du rein mit Pump? Bro, er hat Shotgun. Oh. Er hat ihn. Ja, aber vielleicht kann... Oh, Munition wichtig. Ich habe auch Munition. Drei Kills. Okay, Stani hat drei Kills, Leute, aber im Late Game können wir das auf jeden Fall noch aufholen. Hat gar nichts zu heißen, tatsächlich. Junge, wir müssen aber die Waffe unbedingt upgraden. Ich sage ehrlich, dann wird die halt deutlich stärker. Ich weiß jetzt, wie ist der Upgrade, die Waffe. Wie? Decker. Ist hier ein Midas-Dinger? Wir müssen in den Tresor reingehen. Nein, Midas. Bro, ich brauche die Midas-Dinger. Was kostet? Nimm mir das Computer. Du kannst auch deine Waffe dann direkt in den Gewehr machen. Ja, aber wir müssen Dings ranbauen. Ja, das habe ich schon. Im Bunker? Wo denn? Wo denn? Ja, Bro, ich war doch vorhin im Bunker. Wo ist ein Bunker, Bro? Hier ist ein Bunker zum Beispiel. Ey, lass mich mal fahren, da hinfahren. Ja, hier, fahr du. Weil ich will jetzt... Ich muss meine, Bro, ich muss meine Gott-Dings reinmachen. Fahr du, komm, fahr du. Ich muss meine... Ich muss meine Gott-Kombi reinmachen, dass die Leute auch checkt, was abgeht. Ich schieße zu lange aus dem Fenster. Ja, mach das, mach das. Junge, du warst im Bunker gewesen, wo ich da gegen drei Leute gefeitet habe, oder was? Ja. Ja, ich habe da doch die Däser-Ding gefunden. Ist das cool. Oh, ich sehe schon mal einen kleinen Bug hier. Mit der, wenn man im Auto drin ist. Stark. Stark, Stani. Hier ist der Medaillenträger. Ich werde dick aufpassen. Hier ist ein Bunker übrigens, direkt hier. Ja, ich muss nur in den Bunker reingehen. Ich muss nur in den Bunker reingehen, einmal upgraden und dann habe ich eh die Runde gewonnen. Wenn du Glück hast, sind sogar die Kisten noch da. Ja. Oh, nein. Oh, 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 Leute. Aber... Oh, ich haue jetzt hier, Bro. Guck mal, ich haue jetzt hier das Holovisier rauf. Dann haue ich Trouble-Magazin rauf. Aha. Laser lasse ich. Und... Warte, 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 warte. Ich hole die Mündungsbremse, Bro. Ich habe die Mündungsbremse. Ja. Wir sind doch wieder dabei und machen weiter unsere Kills. Das Einzige, was ich ein bisschen Bauchschmerzen habe... Ja, was denn? Ich habe nichts zum Abhauen. Weil die Waffe ist halt auf Distanz gut, weißt du, was ich meine? Ich habe halt Schockwellengranaten. Bro, er kämpft gegen die NPCs, Digga. Was machst du? Die haben mir übel Zermisch gegeben. Ja, die sind strong. Wichtig, die goldenen Eier einsammeln. Ja, die ist viel Gold. Wieder bei Reckless Railways, Leute. Okay. Das sind richtig viele. Also du hast jetzt das komplett zielfernrohr. Junge, was haben die da gebaut? Ja, ja. Oder war ich das? Ich habe... Ich habe... Nee. Ich glaube, es waren die auch. Ich habe das viermal Scope, glaube ich. Also Sniper-Scope habe ich. Theoretisch. Hey, ich werde mir doch angezeigt, dass die ist. Ich habe einen Down. Ist er bei dir? Digga, wie kannst du immer die Leute finden? Ich glaube, das ist ein Bot. Ich gehe zuständig. Ey, Digga. Ey. Bro, wo ist er denn hier? Ich sehe keinen. Ey, die sind alle bei Stani, ne? Die sind alle bei Stani, Leute. Das gibt es doch nicht. Ha, ha. Der wollte sich mit Garten freuen. Ich habe ihn einfach gekillt. Stani hat sechs Kills, Digga. Easy. Ey. Wie soll ich das jetzt noch aufholen? Ja, du musst Gummi geben. Du musst hoffen, dass sie sich wiederbeleben. Ja, Medaillenträger-Teams kommen vier Stück. Das ist doch gut. Ich bin Zone. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin auch Zone. Ich bin auch in der Zone. Also ich sage ehrlich, Holo-Visier war beste Einstellung. Okay. Also ich sage euch ehrlich, ich habe einfach keine Gegner gesehen. Also, aber gut. Ja, aber du rennst auch nur weg, Sylvie. Du rennst auch nur weg. Das ist das Ding. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben natürlich die schlechteste Variante. Ich sage dir, legendär ist die zu krank. Ich würde sie halt gerne upgraden. Ja, upgraden gibt es nicht. Wir haben aber hier keinen Mietersautomaten, wo das geht. Wo sind die denn jetzt, Leute? Wie viel Schüsse hast du? Ich habe 49. Ich habe 59. Oh, tschüss, Digga. Also ich bin komplett ausgestattet. Ja, also ich sage dir ehrlich, ich bin mit meiner Pro-Waffe, die Leute können nichts mehr machen. Also ich habe mich jetzt auch langsam eingespielt, ich sage dir ehrlich. Junge, die fighten doch da hinten überall in der Zone. Ja, ja. Da gehe ich jetzt auch hin, Digga. Hä? Wir gehen da jetzt hin und holen uns paar Kills, Junge. Ja, die werden jetzt komplett in die Zone kommen und wir können die jetzt abfangen. Das wird jetzt ganz, ganz gefährlich. Okay, ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Aber ich denke schon. Ich muss halt auch sagen, der Bullet Drop ist halt auch nicht so krass. Boah, die fliegen. Die fliegen. Bro, die haben alle die Flügel. Ja, ja. Oder eine Steine. Bro, er hat mir einen Headshot gegeben. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut, mach du. Egal, ich bin down. Let's go. Alter, was? Eddie ist ein übelkrass. Bro, die haben mir einen Headshot gegeben. Drei Medaillenträger. Das ist, glaube ich, Bro, das ist das letzte Team. Warte mal, ich gucke mal. Nee, das ist noch ein einzelner. Ah, okay, noch ein Team ist noch. Nee, nee, das ist das letzte Team, Bro. Eigentlich nicht, nee. Also mit uns, nee, ist noch eins. Nein. Drei Teams. Nein. Es gibt noch zwei, doch. Zwei andere, oder was? Ja. Bro, ich check nicht, warum die alle zu dir da jetzt kommen. Komm alle zu mir. Komplett. Bro, alles gut, du brauchst mich nicht holen. Ach so, du willst auf Nummer safe machen. Ey, ey, Joke, ich muss auf Nummer safe machen. Aha. Weil, ich weiß nicht, sind die jetzt alle gegen mich, oder was? Ich check's selber nicht, aber eigentlich sind es noch zwei Teams. Außerhalb von uns. Also, wir müssen auch gegen jemanden anders kämpfen. Nein, die fighten noch gar nicht. Aber die, das zeigt hier drei Teams insgesamt an, mit uns. Ja, 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 aber ich weiß auch nicht. Also, ich könnte mich Third Party einmischen. Guck, da fliegt einer. Aber ich würde noch warten. Oh, ich habe deinen, ich habe deinen. Ich bin jetzt gespannt, wie deine ist. Boah, ich würde ihn gerne anschließen. Nein, Bro, das ist so risky. Ja, ich warte, ich weiß auch, wo ich bin. Das ist so risky, ja, ja, deswegen. Das ist so risky. Mein ist halt eine halbe Sniper. Das würde ich, das Sniper. Aber der, ich fand den Bullet Drop gerade sehr, sehr krass irgendwie. Meinst du zu viel oder, oder, oder wenig? Ich fand persönlich zu viel. Ja, okay. Ja, gut. Also, weil, Junge, wo, wo die in Luft war, ich ja gar nicht getroffen. Ja. Also, ich würde dich holen, Savile, aber... Nee, nee, alles gut. Alles gut. Versucht den Wind zu holen. Das ist wichtiger. Überall. Hey, ich pack nicht die... Ah, guck, guck, die kämpfen. Die haben gerade gekämpft. Ja. Jetzt nur noch ein Team. Ja, boah. Wenn du das holst mit der Desert Eagle, Digger. Was kriege ich dann? Bro, ich zeige, dann kriegst du einen Kuss von mir auf die Wange. Was? Einen Wangenkuss kriegst du, Bro. Wer möchte kein Wangenkuss von sich geben. Nee, die waren zu sweaterhaft gewesen, Leute. Ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen. Egal. Probier's. Das wäre wild. Aber wo sind die? Äh, da hinten. Da hinten, links. Da hinten links. Da. Guck, die haben gesniped. Pass auf, die wissen, wo du bist. Die haben auch gesniped. Ich hab nicht gesagt. Nee, die haben gesniped. Nein, die haben gesniped. Nein, die haben gesniped. Nein, die haben gesniped. Sicher? Ich meine, der hat auch nicht gesniped. Die feinen gerade gegen andere. Oh, da. Nein, wo dir? Stark. Ist auch noch der Baum, Digger. Schade, Stani. Schwierig. Boah. Aber du kannst es holen. Das wäre wild, Freunde. Also. Bro, ich muss halt einen Headshot geben. Der muss einen Headshot geben, ja. Aber ich schieße mich gerade runter, glaube ich, Bro. Pass auf, ja. Nicht, dass du ganz sonst stirbst. Vielleicht kannst du dem gerade auch einen Headshot geben gleich. Den hier, ja. Ich bin gebackt. Ich bin gebackt. Was ist das denn, Bro? Aber guck mal, die haben alle vier Medaillen, Bro. Ja, ja. Ich bin zum anderen. Ja, ja.